Raten Ich rate dir von diesem Abenteuer. Der Arzt hat meinem Opa geraten, ins Krankenhaus zu fahren. Absagen Leider muss ich unser Termin absagen. Der Manager muss den Termin absagen. Enel Das Baby enelt den Vater sehr. Er enelt seinen Bruder. Antworten Bitte antworte mir schnell. Er antwortet mir nicht. Befehlen Der Polizist befiehlt, dem Dieb stehen zu bleiben. Der General befiehlt, dem Soldaten stillzustehen. Begegnen Bist du ihm schon einmal begegnet? Sind sie schon Herrn Ali, dem Chef, begegnet? Beistehen Keine Sorge Ich stehe dir Stehe ihm bei Beitreten Beitreten Müssten Sie unserer Voltig-Geschen-Organisation beitreten? Sie ist der Partei Beitreten Sie ist der Partei beigedreten Dienen Es dient einem guten Zweck Womit kann ich ihnen dienen? Drohen Sie droht ihren Mann mit der Scheidung Der Kriminelli hat dem Millionär gedroht Einfallen Mir fällt dazu nichts mehr ein Zu diesem Thema fällt dem Autor viel ein Fehlen Frau Meier Fehlt ihr Entlaufender Hund Schoseher Uns fehlt das Geld Für eine Sommerreise Folgen Ich folge dir Bis ans Ende der Welt Bitte Folgen Sie Wie dem Herrn Mit der gelben Pfanne Gefallen Das neue Auto Gefällt ihr sehr Gefällt es euch Hier in Österreich? Von Wie nett von dir Der Radfahrer kommt von rechts Zu Sprichst du zu mir? Ich komme zu dir Seit 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 einem Jahr Seit einer Woche Ab Ich fliege ab Frankfurt nach Chili Die Ferien beginnt ab dem übernächsten Donnerstag Aus Ich komme aus dem Irak aus diesem Grund Mit Redest du mit mir? Komm mit uns Nach 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 ihnen Amtzer suchte nach dir Bei Bleib bei uns Bei meinem Bruder Gebon